Du denkst, du kommst hier! Wie viele von diesen Dingen haben wir runtergelegt? Geil, Mark, pass auf! Mark, du bist gleich tot! Headshot! Voll ins Knie! Das geht doch niemals gut! Du leckerst, die B****s! Geh an und renn! Wir sind weg! Aber warum haben die den Zaun angemacht? Wtf, Mann, was los mit denen? Leak, was ist falsch? Die elektrische Fenster kam auf. Einige Leute begannen sich aus den Wald, und wir wurden zwischen ihnen und der Fenster befestigt. Heilige Scheiße! Sind Sie okay? Ich hörte Mark schreien. Ich dachte, dass Sie mir das alles klar geben würden. Mann, ich bin wirklich entschuldigt. Oh mein Gott! Was ist mit dir passiert, Schüttemberg? Es waren die B****s in der Wald, Mama. Ja, ich werde überraschend sein. Gott sei Dank, es tut mir leid. Hey, Leute! Mark, oh mein Gott, was ist passiert? Er wurde mit einem Schraub. Christ, sind Sie okay? Ja, ich bin gut. Ich sollte es einfach rausziehen. Oh nein, honey. Komm schon, Brenda's got you. Komm schon, rein rein. Komm schon, rein rein. Wir werden dich alle ausziehen. Wir werden alle ausziehen. Was ist das? Was ist das? Wir kamen mit ein paar Menschen hierher. Bandits, glaube ich. Ich denke, es war sie, die uns. Sie gaben uns viele Probleme in den Beginn. Sie haben ein paar von uns geholfen. Wir konnten sie zu stoppen, indem wir eine Verkaufnahme machen. Was Sie mit diesen Menschen tun? Essen für Schutz. Nicht so, wie wir hatten viel choice. Aber sie haben uns geholfen. Gott sei Dank! Doug hat gesagt, dass dieser Ort nahe sei. Und jetzt geht's. Ich bin nicht sicher. We're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Pandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe. This place is a hell of a lot safer than that motorin. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Whoa, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my eyes. Yeah, but real charming, Dad. I like him, Andy. Where's Ben and Doug? Since Doug ate half the biscuits on the way to get us, I had them stay back. I still don't think we should be trying to stay here. And someone's got to watch the motorin until we get back. Was? Hey, kids. Look what Lee got working for you. A swing. I love swings. Just like at my treehouse. Come on, Doug. Thanks, Lee. You're the best. Yeah. Ich weiß. So, dann sind wir schon wieder hier. Wo sind die beiden hin? Sind die in die Schäune gegangen oder was los? Ach, haben wir schon mal gesehen. Steck los, ja? Generator lassen wir in Ruhe. Nachher geht er aus. Das wollen wir ja nicht. Was ist da drinnen? Wenn es nicht genug Raum gibt in der Haus für alle von uns, dann könnte ich glaube, dass ein paar von uns hier in Schäden auskampfen können. Ja, mach die auf. Wenn es nicht genug Raum gibt in der Haus für alle von uns, dann könnte ich glaube, dass ein paar von uns hier in Schäden auskampfen können. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, habt ihr diese Wolken Decke gesehen, wo die ganzen Zombies in der Scheune gehortet waren? Ich hoffe, dass sowas hier nicht drin ist. Vieles Hei. Die von der Familie, weißt du, wisst ihr? Ein paar von diesen, die funktionieren können, wie eine adäquate Koffer von Eros, wenn das ein Problem sein wird. Es sieht aus wie eine Beziehungstation für die Koffer. Wenn wir noch mal mit den beiden reden, mal schauen, was Larry zu sagen hat, gar nichts, dann reden wir halt mit Lilly. Lee, oh mein Gott, ich bin so glücklich, dass ihr zwei nicht da gebetet habt. Glaubst du, Mark wird okay? Ich wünsche mir, aber ich glaube, er ist in guten Handen jetzt. Ja? Es ist nicht zu schlecht? Es wird gut sein. Ich habe Leute gesehen, die schlimmer gehen. Wie können Sie uns alle zu diesem Ort bringen? Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht? Was? Das ist eine Grammatik. Wie fühlst du dir, über den Motorrad zu verlassen? Es ist ein willkommenes Schzenario. Ich weiß nicht. Wenn wir einfach, wo wir waren, hätte Mark nicht mit einem Schraub in seinen Schultern. Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Was ist das für eine Schwange? Ich weiß nicht genau, was ich hierher tun. Ich habe es versucht, zu sehen, was von seinem Punkt zu sehen, zu haben. Wir haben eine Frau und eine Kindheit und alles. Aber zu schnauern mit der Familie ist ziemlich dumm, wenn Sie mich fragen. Hey, danke für mich zu erinnern, heute Morgen, in der Motorrad. Ich weiß, dass ich auf Sie ziemlich stark aufhörst, aber Sie glauben, wie ich es schnauert, was ich? Kenny glaubt, es ist noch Hoffnung. Vielleicht ist das, was wir jetzt brauchen. Na gut, Hoffnung tut nicht gut, wenn wir alle sterben. Ich bin fokussiert, dass wir uns leben lassen. Ich will nicht, dass wir alles ausprobieren können. Nicht zu knusig. Diese Menschen sind meistens sehr schrecklich von ihrer Privatsie. Ja, und wir brauchen nicht, dass du deinen Nacken schlägst, wo es nicht gehört wird, und uns in unsere Arschen rauskommt. Und okay, er wollte uns im Prinzip zurücklassen. Aber warum? Weil er denkt, dass wir ein Mörder sind. Und würdet ihr mit einem Mörder zusammenfliehen? Ich glaube nicht. Oder wo ihr denkt, dass es ein Mörder ist. Wir wissen ja nicht, ob Lee jetzt wirklich den umgebracht hat oder nicht, den er mit seiner Frau erwischt hat. Hey, Claire, möchtest du den Swing? Ja, es ist Spaß. Danke, dass du es fixierst. Du bist willkommen. Willst du mich aufhören? Ja. Sure. Ich bin froh, dass du dich aufhören kannst. Mind, ob Clementine ein Geräusch macht? Okay, Duck. Lass Clementine ein versuchen. Okay. Wie hältst du dich, Clementine? Ich bin okay, ich glaube. Bist du okay? Ja. Ich bin nur ein bisschen worried über Mark. Ist Mark going to be okay? Ich bin lucky da. Es wird viel schlimmer. Es wird viel schlimmer. Bist du findest die Leute, die Mark schmerzen? Wir müssen sicher, dass sie keinen anderen schmerzen. Es wird viel schlimmer. Es wird viel schlimmer. Ich will, dass du dich schmerzen kannst. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Okay. Ich bin froh. 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 Wir sind sicher hier. Es ist sicher, dass die Schmerzen nicht mich auch nicht, richtig? Ich werde nicht was mit Mark passiert, dir passieren. Ich versuche. Ich versuche. Okay, Clint. Das ist genug für jetzt. Okay. Danke für mich. Natürlich. Es ist alles. Ja! Okay, Duck. Don't pop a gasket. Okay. Nee, ich wollte mit Kelly sprechen. Ich wollte mit, äh, Dings sprechen hier. Kelly. Wo läuft der hin? Okay, einmal rum. Hey. Hey, Lee. Wie geht's mit St. Johns? Ich bin froh. Ich sprach mit Andy, und er hat unsere Gruppe unterstützt. Ich glaube nicht, dass sie viel zu retten haben, außerhalb der Fenster. Doch er ist ziemlich wertvoll. Great. Sieht so, dass sie uns begrenzt haben. Definitiviert. Wie hältst du dich? Ich hoffe, dass sie uns lieben, Lee. Soon. Auf der Weg nach hier bin, ich fühlte mich. Handen, Schmerzen. Ich dachte, ich werde sterben. Sie haben Essen hier. Ja. Aber ich spreche nicht nur über eine Sorte. Du weißt? War Duck und Katja hier okay? Nein, es war nicht einfach. Duck sah nicht so gut auf dem Weg nach diesem Ort. Wenn alles funktioniert, vielleicht können sie und Katja hier ein leichtes Leben haben. Ich hoffe, du bist richtig. Duck und Clementine verdienen ein besseres Leben, als zu sterben in einem schrecklichen Motel. Nein. Ich lasse das mal. Ich lasse das mal. Nicht warten zu lange, um das Bandit-Camp zu helfen. Sieht so, dass sie sich über das ziemlich schmerzt haben. Das ist vielleicht ein guter Weg, um ihren Vertrauen zu bekommen. Das ist eine gute Idee. Ich will nicht noch mehr Stratampfzetteln anfangen. Da können wir nicht reden. Wir gehen mal hoch zu den beiden. Mal schauen, was die sagen. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich weiß es nicht. Niemand ist sicher hier, bis wir uns wiederholen. Aber wie? Die zwei von uns müssen rausgehen, machen ein paar Recon. Dann werden wir alle ein paar Revenger. Hell, ja. Wer sind diese Leute in den Wald? Wir wissen nicht. Ich glaube, einige von ihnen gearbeitet, bei der Big Box auf der Weg. Es gibt viel. Ja. Auf jeden Fall, sie sind schmerzt als hell. Und sie sind schmerzt, wenn sie hungrig sind. Also, sind Sie bereit, zu gehen nach dort und finden ihre Kampen? Ja, wir müssen zusammenarbeiten. Es sind gefährlich für alle. Lass uns das. Ich bleibe hier und behalte die Kampen. Remember, wir machen jetzt nur eine Reconneissance. Es ist kein Problem, dass wir uns getötet haben. Jetzt geht's? Ja, ich werde bald zurück, Clementine. Bitte, sei Glück. Ich werde. Auf geht's! Ah, eine Dose! Dun, dum, dum, dum! Entschuldigung. Oh, shit! You found it!? Das ist kinda... Vielen Dank.